Achtung! Willkommen zu einer neuen ASMR-Folk. Hütte Espresso Nr. 2. So, dann wollen wir noch... Gut. Oh, yeah. Let's... Go! Go! BAM! Neue Folge, Feel Good Podcast Solo... ...mit einem komischen Lied... So. Ich hoffe es geht allen gut und alles in Ordnung bei euch. Ich bin wieder mal bei mir zu Hause. Also gerade in Basel mit einem schönen Espresso. So, das hat das letzte Mal ja wunderbar funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich habe mich gar noch nicht eingeloggt in meine Podcast-Mail. Schauen wir, ob dort etwas reingekommen ist. Oh! Ein Mail. Ein einziges Mail. Lese ich nachher vor. Das heisst, sehr einfache Auslosung. Nächstes Mal. Die Person, die das Mail schreibt, hat eigentlich schon zwei Tickets gewonnen. Was ich aber heute natürlich noch mache, ist die Auslosung vom letzten Mal. Dort haben wir insgesamt fünf Mails gehabt. Und jemand von diesen fünf wird zwei Tickets für eine Show nach Wahl gewinnen. So, das mal zu diesem Punkt. Und jetzt erzähle ich euch ein bisschen vor meiner letzten Woche. Seit ich das letzte Mal mich gemeldet habe. Das letzte Mal habe ich mich gemeldet. Auch Mittwoch Nachmittag, bevor ich losgefahren bin auf Winistorf. Heute Mittwoch Nachmittag fahre ich dann los auf Seve, Schweiz. Und morgen Solo in Luzern. Und ich habe es geschafft. Ich habe tatsächlich geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen. Letzte Woche habe ich in Winistorf vor insgesamt... Was sind sie gesehen? Vielleicht 13 Leute? Ja. Oder 14. Aber bezahlt. Also effektiv. Tickets gekauft sind 8 geworden. Yes. Das ist ein neuer negativ Rekord. Und ich habe trotzdem gespielt. Ich habe gefunden, das machen wir. Ein bisschen Geld verloren. Logischerweise. Stell dir vor, wenn man mit 8 verkauften Tickets schon richtig viel Geld verdient hätte. Das wäre doch etwas. Nein. Sondern das ist wirklich mehr gewesen für die paar Leute, die Tickets gekauft haben und wollten gehen. Ich habe gefunden, mache ich das auch. Und es hat sich gelohnt. Es hat unglaublich Spass gemacht. Also es hat sich null wie Abend angefühlt oder so. Sondern... Hey. Es geht auch mit 8. Das hätte man jetzt nicht merken können in der Zeit der Pandemie. Ich habe bis jetzt immer zweistellig bezahlt Tickets gehabt. Einmal. Was ist das gewesen? Vielleicht im 15 oder so. Hat die Neue gespielt. Da sind 6 reserviert gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja das lassen wir. Ähm... Und in normalen Zeiten hätte ich vielleicht bei 8 Tickets auch abgesehen. Aber... Im Umkehrschluss in normalen Zeiten hat man jetzt auch nicht 8 Tickets verkauft, sondern ein paar mehr. Und äh... Darum finde ich es halt eben gleich noch wichtig zu spielen. Aber ich wiederhole mich da sehr oft und darum äh... 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 Vielmehr möchte ich sagen, wenn ihr das gehört. Und ich sehe ja dank so Statistik und was weiß ich, äh... Ähm... Gsehe ich ja ein bisschen, wie viele Menschen den Podcast hören. Und ich habe es mal ausgerechnet. Wenn... Jeder 20. Listener... Oder jede 20. Listenerin... Würde... Ein Ticket kaufen. Nur eins. Dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass momentan die Tour schlecht läuft. Schon spannend. Darum äh... Äh... Soll jetzt überhaupt nicht äh... Battling wirken oder so. Aber... Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Spass habt an Comedy, äh... An vielleicht mir, meinem Podcast und so. Kauft ein Ticket. Kauft ein Ticket. Es würde mich wahnsinnig freuen. Ähm... Wenn euch Live-Comedy anscheisst und ihr noch nicht Bock habt, äh... Nehmen an zu gehen. Äh... Dann verstand ich das. Ähm... Sehr schade zwar. Aber logischerweise... Äh... Alle wie sie wollen. Äh... Dann könnt ihr auch... In meinem Shop etwas kaufen. Wir haben tolle Merch. Immer noch. Und äh... Mein Merch-Typ würde es auch freuen. Der hat ja auch ein bisschen Zeit gehabt. Äh... In den letzten Monaten. Und äh... Hat nicht an so viele Orte mitgehen. Weder bei mir noch bei anderen. Ähm... Ähm... Das ist wahrscheinlich bis jetzt, äh... Äh... Nicht wahrscheinlich. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Aber ähm... Ich nehme an die, die den Podcast hören, interessiert das auch. Zumindest ansatzweise. Ähm... Weil ich einfach... Ich bin in einem Flow gesehen. Und... 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 Und die Leute sind in einem Flow gesehen. Also wirklich so einen Rhythmus, der sich ergeben hat. Und... Die Energie, äh... Zum so blöd äh... Äh... Esoterisch zu wirken. Die Energie ist hin und her gegangen. Und... Und es hat... Es hat äh... Superspass gemacht. Ähm... Das heisst... Ich weiss, künstlerisch bin ich auf einem absolut super Weg. Mit... Mit diesem Programm. Weil... Jetzt ist endlich wieder so ein bisschen etwas wie ein Spielrhythmus drin. Man spielt es öfters. Äh... Letzte Woche zweimal. Diese Woche zweimal. Äh... In Basel. Drei hintereinander. In Bern. Ähm... Ich werde noch in... Äh... Neuhausen am Rheinfall. Wie die das noch spielen. Und... Auch wenn man mal dann zwei, drei Wochen Pause macht. Wie so Dezember... Anfang Januar. Ist... Ist meistens Pause. Äh... Ist mir trotzdem immer ein Rhythmus. Weil... Man irgendwie... Man hat es noch so ein bisschen im Kopf. Ich... Ich kann ohne Probleme... Ein paar Wochen ein Programm nicht spielen. Wenn ich es ein paar Mal gespielt habe. Weil es... Denn es ist einfach so ein bisschen drin. Und dann kann ich auch den letzten Auftritt nochmal losen. Und... Und weiss sofort wieder wo ich genau... Ähm... Was... Muss machen. Und wo ich muss Tempo aufnehmen. Und wo ich es rausnehmen kann. Und ähm... Ich schlug Wasser nehmen. Hm. Und was richtig geil gewesen ist. Es passiert immer etwas Neues auf der Tour. Ähm... In dem Fall... Ist letzte Woche... Ähm... Donnerstag eben. Wo wir in Aarau gewesen sind. Äh... Ist der Cenk Support gewesen. Er hat ja eigentlich immer Support auf meiner Tour. Ähm... Weil er hat vorher noch einen Auftritt gehabt. Im Hallestadion. An den... Digital Economy Awards heisst es glaube. Ja. Ja. Eine grosse Kiste. Äh... Karin Keller-Sutter hat noch eine Rede gehalten. Und zwar eine sehr lange Rede. Ja. 20 Minuten länger als gedacht. Und äh... Durch das ist auch der Cenk in Verzug gekommen. Und mit dem Team seinem Manager dann äh... Auf Aarau gefahren. Und wir haben müssen später die Show anfangen. So. Das haben wir glaube noch nie so bewusst gemacht. Vielleicht musst du mal ein paar Minuten später machen. Weil irgendwie noch nie alle Leute da sind. Oder noch etwas nachbestellen oder so. Und in dem Fall bin ich dann wirklich auf ähm... Ähm... Äh... Auf die Behühne. Ähm... Am 8. Und hab gesagt. Hey, wir fangen noch nie an. Es geht noch eine Zeit, bis der Cenk kommt. Weil ich hab nicht gefunden, dass jetzt äh... Dass wir jetzt das einfach weglernen. Weil meine Tour ist ja so geplant, dass ein Support Act spielt. Dann Pause ist und ich dann mein Programm am Stück spiele. Ähm... Ähm... Weil ich finde, so muss Stand Up äh... 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 Und äh... Konsumiert werden. Persönliche Meinung. Aber ich finde es geil. Zum Beispiel der Charlie fährt das jetzt auch an. Ähm... Ähm... Und das... Also jetzt, wo die Leute alle auf Netflix sind und dort das Zeugs lesen. Äh... Lesen. Schauen. Ähm... Ähm... Dort ist ja auch ein Programm am Stück. Und das geht eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Und dann habe ich gefunden, das lassen wir auch so jetzt dabei. Und warte halt noch kurz, bis der Cenk kommt. Und es hat sich gelohnt. Also er ist super gewesen. Ich habe noch so ein dummes Spielchen gemacht, mit äh... Die Leute schreien ihm zu, dass er keine Gage kriegt. Äh... Verkauft. So ein... So ein grosser... Ähm... Ähm... So ein grosses Mogul. Quasi. Äh... Und wie hat er geheissen? Kabar-Ethist. Hahaha. Und äh... Viele Leute dort haben es geglaubt. Anscheinend. Die haben wirklich gemeint, dass das jetzt das eine ist. Zum Beispiel, äh... Einen Joke. Ich hoffe, ich darf das auch erzählen. Aber er hat es auf der Bühne dort erzählt. Einen Joke ist gesehen, dass er gesagt hat, ah, er kennt Zug. Gut, er hat dort eine Briefkastenfirma aufgemacht. Also eine Firma, die Briefkasten entwickelt, produziert und verkauft. Hahaha. Und alles solche Sachen. Und äh... Am Schluss haben sie dann aufgelöst, dass er ähm... Effektiv äh... Figur gespielt hat. Aber trotzdem haben gewisse... Sehr wichtige Chefen von grossen Firmen äh... Äh... In die Hand geschüttelt zuerst. Und gesagt, es freut mich, sie euch kennenzulernen und so. Äh... Also äh... Geile Geschichte. Äh... Dann ist er tatsächlich gekommen. Eigentlich direkt auf die Bühne. Hat sein Set gemacht. Und dann bin ich mein Programm. Und äh... Wir sind auf äh... Wirklich gutem Weg. Also es macht richtig richtig Spass. Und äh... Äh... Die Woche ist der Cenk nicht dabei. Ähm... Die Woche habe ich der Matteo. Mit dem macht es auch immer sehr Spass. Er ist dann für... Der nächste Teil der Tour eigentlich fixt. Der Support Act. Weil das ist eigentlich das Schöne an dieser ganzen Sache. Der Cenk hat im April Premiere mit seinem ersten Solo Programm. Und dann kann ich ihn quasi ziehen lassen. Hahaha. Dann kann er seinen eigenen Weg weitermachen. Nachdem er äh... Insgesamt... Äh... Jetzt mal Pandemie ausgenommen. Eigentlich zwei ganze Touren äh... Mit mir gemacht hat. Fast zweieinhalb. Wenn man jetzt über die Pandemie mitzählt. Und ähm... Ja... Sehr sehr äh... Sehr sehr geile Geschichte. Und macht extrem Freude so. Weil ähm... Es gibt... Unglaublich talentierte, gute Comedians. Wo ähm... Wo ich das Gefühl habe, die sind... Genau gleich gut wie äh... Schon sehr erfolgreiche. Und die müssen auch irgendwie Auftrittsmöglichkeiten haben. Und man kann sich auf Open Mic kaputt spielen. Ähm... Das ist aber so ein... In sich wie geschlossener Kreis. Und irgendwie muss man aus dem Kreis mal ein bisschen weiter kommen. Und äh... Das ist eigentlich auch die Idee mit diesen Support-Acts. Weil dann spielen sie an Locations. Wo sie sonst äh... Vielleicht nicht würden spielen. Und äh... Die Locations sehen sie dann auch schon mal. Sie sehen auch, dass die funktionieren. Dass die gut sind. Und finden dann ähm... Geil. Wenn es dann mal ein Solo gibt, äh... Nehmen wir das auch. Das ist im Cenk jetzt bei sehr vielen Orten der Fall. Darum. Kleiner Werbespot auch äh... Buchtetickets für den Cenk. Ja. Buchtetickets für alle Menschen, die unterwegs sind. Buchtetickets für... Telga Schneider, der Zuccolini äh... Äh... Der Charlie. Äh... Der Frank Richter. Der... Wer haben wir noch? Sven Ivanić. Ähm... Michi Elsner. Renato Kaiser. Äh... Gabriel Vetter. Lara Stoll. Äh... Nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Ich mache es heute eher kurz, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben ja nur eine Mail. Das... Luege ich jetzt... Äh... An. Oh! Und es ist tatsächlich ein eher langes Mail. Also... Liebe Grüße aus Basel ist der Titel. Ciao, Joel. Die Nachricht kannst du hoffentlich ohne spontanes Übersetzen anberattern, weil wir, ganz objektiv betrachtet, der schönste und verständlichste Dialekt teilen. Gut, bis jetzt habe ich kein Problem mit lesen. In meiner gut einjährigen Rolle als Neumamme, ja, also Mutter, verbringe ich eine Menge Zeit mit einem Gesprächspartner, der nicht immer genau versteht, was ich sagen möchte und umgekehrt genauso. Auf 37 Umweg bin ich eines Tages auf die Podcast gestossen und habe durch das wieder eine Form von Gesprächsfeeling in der Hütte. Sehr bereichernd und irgendwie auch schön, einfach nur zuzuhören, selber aber den Latz zu halten. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich dich bisher absolut falsch und vorrug noch von deiner Joey-Rolle beim Haus-TV schubladisiert habe. Okay, das ist sehr, sehr lange hart. Das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon mal ein bisschen angedönt, wo ich noch beim Jugendfernsehen vom Tele Basel gesehen bin. Quasi unser YouTube, ja, so die letzten paar Jahre bevor YouTube gekommen ist, ist das die einzige Möglichkeit gewesen, wenn man irgendwie etwas Filmisches machen wollte, wo dann auch ein paar Leute gesehen, hat man das gemacht. Und dort ist halt das Beste, was es jetzt gibt, entstanden und das Zeugs. Und dort habe ich wirklich eine Art der Rolle gespielt. Ja, der Joey ist so ein bisschen überheblicher Schnösel gesehen. Ich muss sagen, auch ein bisschen pocher inspiriert, weil ich den damals sehr toll gefunden habe. Und habe immer das Ziel gehabt zu unterhalten, aber ich habe auch ganz klar eine Rolle gespielt. Und das hat es mir eigentlich im Privatleben sehr einfach gemacht, weil wenn ich jemanden kennengelernt habe und die irgendwie gewusst haben, wer ich bin vom Fernsehen her, haben die halt einfach so ein bisschen Meinung von mir. Und dann musste ich nur sagen, hallo, ich bin der Joel, freut mich. Und danach haben die gedacht, oh, das ist gar nicht so schlimm. Ja, und ich nehme an, dass das jetzt auch der Fall war. Die Joey-Rolle beim Haus-TV-Schubladisiert habe. Der Sohn von ... Punkt, 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 Punkt. Wo ich jetzt auch noch ins Rampenlicht möchte. Ja, also man kann sagen, der Sohn von Heinz-Marco ist oft auch meine Rolle gesehen. Oder zum Teil immer noch. Ganz im Sinn von beurteilen, was man sieht, ohne den Menschen dahinter zu kennen. Sau doof und doch passiert es mir immer wieder, aber ich schaffe daran. Das ist sehr schön. Es passiert mir auch, absolut. Es gibt so kurze Momente, wo man irgendwie jemanden vielleicht in Bruchteil eben nicht wirklich kennenlernt, sondern irgendwie nur so schnell Hallo sagt. Und dann hat man auf einmal eine Meinung von dieser Person, die oft gar nicht die Richtung ist. Durch deine Podcasts, die ich gleich mal alle nachgelöst habe, haben sich meine Vorurteile aber rasant geändert. Du machst einen unglaublich authentischen und sympathischen Eindruck. Und ich höre dir ungemein gerne zu. Danke vielmals. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass du so herrlich über dich selber lachen kannst und offen und ehrlich erzählst, wenn etwas gründlich in die Hose gegangen ist. Das lässt dich sehr acht wirken und ist jeweils äusserst amüsant zum Hören. Aufgrund deiner häufigen Präsenz in meinem Alltag ist mir sogar schon passiert, dass ich anderen erzähle, ja genau, ein Kollege von mir hat das letzten Tag gesagt. Dann merke ich, dass du das gesagt hast und eigentlich ja gar kein Kollege von mir bist. Kennst du das? Wenn man zum Beispiel eine Serie ganz intensiv schaut, die Zeiten sind mit Kleinkind leider ein bisschen vorbei, hat man auf einmal das Gefühl, das sind die eigenen Dudes. Das hat vielleicht einfach damit zu tun, dass einem das Kloster oder Gsehende, Klammer ist das ein Wort, ich glaube Gsehende, so anspricht. Das kenne ich sehr gut, ja. Ich weiss noch, als ich als Teenager Friends auf und runter geschaut habe, habe ich logischerweise das Gefühl gehabt, das sind meine Friends. Deine Shows in Basel habe ich jetzt leider verpasst, ich möchte aber unbedingt bei der nächsten Gelegenheit vorbeikommen und mir, wie es sich gehört, weit im Vorfeld schon das Ticket besorgen. Sollte ich bei der Verlosung an der Spitze sein, nehme ich noch zwei Bilder dazu, versprochen, wann bist du wieder mal in der Heimat. Sehr gut, wir können schon sagen, in der nächsten Folge werde ich Tickets verlosen für alle eingesendeten Mails, du bist das Einzige. Das heisst, du hast die zwei Tickets sicher. Und ich spiele am 1. April in Basel wieder mein Solo. Am 2. April in Bern übrigens. Das sind jetzt so zwei Termine, die wir zusätzlich angesetzt haben, nachdem ich die letzten gespielt habe. Ja, zum zeigen, es hat stattgefunden und es wird wieder stattfinden. Zurück zur Mail. Zum Schluss hatte ich noch zwei Wünsche. Erstens fände ich großartig, wenn die Pappe mal als Gast in die Podcast würde vorbeikommen. Ja. Zweitens, bitte zitiere wieder mal den Hausi. Ich frage, wie gut du den nachmachen kannst und ich lache jeweils so laut raus, dass mein Kind allwegs das Gefühl hat, die Mutter hat eine gute Ecke ab. Voilà. Das war meine kurze und knackige Nachricht gewesen. Ich hoffe, es hat den Rahmen nicht gesprengt. Auf alle Fälle. Habe einen wunderbaren Tag. Eine schwette, humorvolle und lachende Zuschauer rein bei deinen Shows. Und ich freue mich auf alle weiteren Podcasts. Ganz liebe Grüße, Tina. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Mail. Tina, ich werde erst nächstes Mal verlosen. Aber du hast zwei Tickets zu Basel schon mal zu gut. Und es freut mich umso mehr, wenn du noch weitere Leute mitnimmst. Und ich überlege gerade, was ich vom Hausi noch erzählen könnte. Absoluter Charakter, der Hausi. Ich glaube, das meiste habe ich schon mal erzählt. Ja. Aber es gibt immer wieder grossartige Geschichten von ihm. Wie zum Beispiel, wenn er irgendetwas abholt, gibt es noch ein kleines Trinker und sagt, doch, äh, kaufst du etwas Schönes? Ich kann ja, bitte, äh. Ah, das kann er erzählen. Das kann er erzählen. Ich habe mit dem Kollegen Michael Schweitzer für eine Firma, ähm, aus Wackis, namens Thermoplan. Die machen Kaffee, äh, Automate. Im grossen Stil. Ähm, und die haben einen eigenen Podcast. Und für dort, was ist es gewesen? Ostervolk, äh, haben der Schweizer und ich, äh, ein kleines Textchen geschrieben. Also vor allem er und ich haben ein bisschen geholfen. Äh, wo ich so, äh, so schlecht, wie ich es mache, äh, ein bisschen ein paar Charaktere nachgespielt habe. Wie zum Beispiel, äh, der Basi natürlich. Und, ähm, auch der Hausi. Und ich finde, vor allem der Teil, den wir über den Hausi geschrieben haben, ist sehr, sehr lustig. Also ich glaube, es heisst Thermoplan Talk. Ähm, kannst du ja mal reinziehen. Ja. Äh, äh, dort haben wir, ähm, ähm, den Hausi über Kaffee referieren lassen. Unter anderem, ja. Und, ähm, ähm, kaffst du etwas? Ich habe ja, ich habe ja, den Klaus hat mich gemogen. Der Klaus ist ein guter Freund gewesen. Ich habe ihn im Griff gehabt. Hast du gesehen? Wenn ich reinkomme, ist der Klaus ganz anders, aber ein böse Mensch gewesen. Ganz ein böse Mensch. Und, äh, was haben wir, wo wir mal, äh, die Promi-Griller haben wir dreht. Das ist ganz geil gewesen. Äh, Charlie und ich, äh, haben gegeneinander grilliert. Und der Hausi ist in der Jury gewesen. Und dann hat er dort, äh, hat er noch eine Rede gehalten. Das erzähle ich jetzt schnell, ja. Dann hat er, äh, am einten Essen, einfach so oben, schau einfach mal der Hausi auf. Weil es ist der Hausi. Und, äh, findet die Leute erwarten jetzt, dass er eine Rede haltet. Und, ähm, natürlich hat er die nicht vorbereitet. Sondern, ähm, ja, schau einfach da hin. Und dann sagt er, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da in die Städte. Und die Leute fragen mich. Herr, 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 Herr Lütenegger, was machen Sie in die Stadt? Wohnen Sie da? Und ich so, nein. Aber ich hausiere da. Und dann hat er gesagt, äh, was machen Sie da? Ich drehe Fernsehsendungen, äh, Fernsehsendungen für, äh, äh, mit Kochen. Und er sagt, ja, können Sie kochen, Herr, Herr Lütenegger? Und dann sage ich, nein, ich lache euch, äh. Ich lache euch, äh. Nussatzix, wildklasse. Absoluter Charakter, ja. Die Folge mit dem Hausi, falls Sie das nicht gehört haben, losen Sie. Lohnt sich auf jeden Fall. So. Äh, danke nochmal für die Mail, Tina. Und jetzt, äh, kommen wir zur Verlosung von den letzten fünf Einsendungen. Und ich drücke hier auf meinen Generator. Es ist heute, äh, Bäm, Bäm, Bäm. Ähm, Bäm, 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 Bäm. Ja. Ich sage den Nachnamen jetzt nicht. Aber, du gewinnst zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Falls du das, äh, hörst, schreib mir gerne, welche Show du gerne würdest, äh, schauen. Äh, falls nicht, schreibe ich dir in ein paar Tagen. Und danach werden wir zwei Tickets für die Namen klarmachen. Und, Verlosung von diesem Mal gibt's das nächste Mal. Ähm, ich glaube, ich weiss schon, wer dort gewinnen wird. So. Jetzt, äh, habe ich, glaube ich, genug geschwärzt für heute. Vielen Dank für alle, die bis dahin gehört haben. Ähm, ich weiss, das sind nicht ganz so viele wie am Anfang. Aber, äh, trotzdem. Und, äh, freut euch auf eine neue Folge mit einem Gast. Diesen Freitag. Ich gehe jetzt spielen in der Innerschweiz. Seven heute, morgen Luzern. Und, äh, übrigens alle von Basel. Nächsten Mittwoch, also heute in einer Woche, ist die letzte Ausgabe von Comedy in Balz. Es hat noch ganz wenige Stehplätze. Ähm. Ähm. Die läuft zum Glück sehr gut. So. Genug Werbung gemacht. Äh. Genug erzählt. Bis ganz bald. Hört euch gern. Ja. Und, äh, wir hören uns. Peace. Peace. Scheiß drauf. den